So und willkommen zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Paper. Dieses Mal wird es sein Scorn. Das wurde entwickelt von App Software und herausgegeben von Kepler and Egggift glaube ich. Das Spiel kam heute am 14.10.2022 raus und ich werde einfach mal ganz untypisch für den Kanal dieses Spiel einfach mal spielen. Und ja, Brightness sollte passen. Confirm. Und ja, das ist ja mal schon ein toller Einstieg. Man sieht, das Spiel ist ein wenig, ich würde nicht sagen auf Ekelfaktor, aber man hat ja so einige merkwürdige Kulissen. So, ich habe mich jetzt auch nicht allzu viel mit dem Spiel beschäftigt. Ich werde mal gucken. Motion Blur ist on. Mal gucken, was das bringt. Audio ist Cinematic Mix. Okay, das lassen wir einfach mal. Language ist Englisch. Ich glaube, mehr gibt es ja auch gerade gar nicht. Dann nehmen wir mal New Game. Und es geht direkt los. Cool. Ja, ja, ja. Sieht ein bisschen eklig aus. Ja, ja. Sieht ein bisschen eklig aus. Pff. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich habe jetzt gerade überhaupt nicht mitbekommen, was passiert ist. Also die Ansichten haben ein paar Mal gewechselt. Das heißt, wir sind zwischen irgendwelchen Welten von den Erinnerungen her gesprungen? Auf jeden Fall haben wir uns von irgendwas jetzt gerade befreit. Als wären wir absorbiert worden oder so. Und wir haben uns jetzt von diesem Prozess befreit. Ich bin nicht ganz sicher. Der Controller vibriert auf jeden Fall wie Sau gerade. Ich spiele jetzt übrigens auf der Xbox One Series S. Also das heißt, die Grafik wird wahrscheinlich jetzt nicht so der Bringer sein wie auf dem PC. Aber sei es drum. Und wir sind jetzt hier direkt aufgewacht, sage ich mal, in irgendeinem komischen Raum. Kann man hier irgendwas machen? Nein. Gut. Kann man rennen? Ja, kann man. Ganz typisch auf der LB-Taste. Kann man das Ganze beschleunigen. Und ja, ihr seht schon, der Stil von dem Spiel ist eher so organisch gemischt mit Technologie. Und alles sieht sehr, sehr dreckig aus. Und wer sich mit den Alien-Filmen auskennt, der wird auch so ein bisschen den Artstyle wiedererkennen. Ich möchte jetzt aber nicht gleich in der ersten Folge sofort mit einer Leiste anfangen. Das heißt, wir werden uns mal aufheben, wie das hier genau mit dem Künstler zusammenhängt, der das ganze Spiel so ein bisschen auch inspiriert hat. Wenn man da eigentlich jetzt rein ist, war ich so im Labern drin. Kann man hier irgendwas machen? Kann man da runter? Nein, ist abgesperrt. Das heißt, das ist ja irgendeine Konstruktion, wo jetzt hier irgendwie so ein bisschen Qualm rauskommt. Einfach Nebel. Ich meine, ich habe nicht die geringste Ahnung, ob es in dem Spiel eine Soundausgabe wie halt so Dialoge gibt. Jedenfalls etwas dunkel, das Game. Aber ja. So, da können wir lang. Das sieht echt weird aus, das Ganze. So, da geht es lang. Gucken, ob wir hier weiter können oder ob die Tür auch versperrt ist. Nein, die Tür ist versperrt, natürlich. Ja, man sieht schon, das ist alles total merkwürdig vom Aussehen her. Ich bin noch nicht sicher, ob wir jetzt hier auf so einer Art Erde sind oder sind wir jetzt auf irgendeinem anderen Planeten oder was genau ist hier eigentlich gerade Sache? Also der Hauptcharakter sieht so ein bisschen ausgehungert aus. Aber auch nicht ganz menschlich, wie ich mir das jetzt so vorstellen würde. Ist das denn ein Klo oder soll das irgendein Sitz sein? Ich habe keine Ahnung. Aus wie eine Schüssel. Dahinter scheint irgendwas zu sein. Können wir da weiter? Nein, können wir nicht. Hier haben wir eine Apparatur, aber die funktioniert nicht. Fehlt ihm irgendwas oder? Weil er gerade seine Hand so angeguckt hat. Hm. Hier leuchtet was. Au. So. Ein Assassine. Gut, er hat jetzt irgendwas, womit er wahrscheinlich irgendwelche Mechanismen bedienen kann. Vielleicht brauchte er diesen Stab, sag ich mal, den er jetzt aus seiner Hand ausfallen kann, um das hier zu bedienen. Okay. Was zum Geier. Warte mal. Warte mal, was? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Aber es scheint funktioniert zu haben. Oh, warte mal. So, Aim, Run, Move, Weapon, bla bla bla, Fire und Heal. Reload, Toggle, Cancel ist B, A ist Use und Rotate. So, ich muss jetzt da raus. Oh Gott, die Tür geht wieder zu. Nein. Äh, das ist da. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ich wollte bloß nicht da drin bleiben, irgendwie. Und ich glaube auch Sinn und Zweck der Übung war auch gerade da rauszukommen aus dem Raum. Ich habe mich jetzt einfach mal bewusst für die Konsole entschieden, weil ich jetzt irgendwie gehört hatte, dass auf dem PC irgendwie noch so ein paar Probleme mit den FPS waren. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es jetzt besser läuft auf der Series S, aber bis jetzt scheint es irgendwie ganz gut zu gehen. Hier ist irgendein Mechanismus, da ist ein riesengroßes Tor. Hier kann man irgendwas machen. Oh Gott, hier geht es auch irgendwie weiter. Na, das mag ich ja, wenn es jetzt hier richtig ausladend wird von dem Level her. Komme ich von hier? Oh mein Gott. Bin ich überhaupt auf einem Planeten oder bin ich vielleicht sogar auf irgendeinem Raumschiff? Ah, das bin ich, oder? Ein bisschen komisch dicken Hals irgendwie. Sieht auch, dass wir jetzt irgendwelche Pots sind. Das Licht, weil hier können wir nichts machen. Das ist einfach nur wahrscheinlich eine Beleuchtung, damit der Gang nicht zu dunkel wird. Haben wir eigentlich auch Waffen oder so? Okay, hier hat irgendjemand Leichen entsorgt. Kammern. Licht. Was ist das jetzt schon wieder? Okay. Gut. Darüber bitte. Und irgendwas greifen. Was nicht da ist. Gut, wir müssen halt irgendwas da reinpacken, was er greifen kann und dann auf die andere Seite packt. Gut. Das hier. Also was immer da rein muss, ich hoffe, es lebt nicht. Ich traue es dem Spiel zu. Aber ich hoffe, es ist nicht so. Wird mir ganz anders. Gut, das kann ich nicht bedienen. Ich muss mich erst mal kurz hier ein bisschen umschauen. Es gibt hier, wie ihr seht, weder eine Map noch sonst irgendwas. Das Interface ist relativ beschränkt. Man hat jetzt irgendwie nur, wenn man irgendwelche Mechaniken verwendet, dann hat man halt hier irgendwie so eine Anzeige vom Wegen abbrechen. Links, rechts, oben, unten. Und das war es dann aber auch schon. So, hier möchte ich noch nicht lang, weil das sieht aus wie so ein Haupttor. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Weg ist. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich finde es nicht cool, dass ich keine Waffe habe. Weil hier würde es ja wahrscheinlich auch irgendwo mal Gegner geben. Da ist schon wieder irgendwie so eine Konstruktion. Und hier ist auch schon wieder irgendwie was zum Bedienen. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Jetzt sagt mir nicht, es gibt noch ein Stockwerk. Äh, okay. Als wäre unten nicht schon genug. Haben wir jetzt oben auch noch ein Stockwerk? Ernsthaft? Ist das alles? Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Sieht aus wie eine Fleischlohre oder sowas. Krasse Sache. Also der Style von dem Game ist auf jeden Fall merkwürdig. Aber da wusste ich auch, worauf ich mich einlasse. Weil, wie gesagt, der Künstler, der das Spiel ein bisschen geprägt hat, hat sich auch in den Alien-Filmen verewigt. Der hat nämlich an dem Design von dem Alien mitgewirkt. Aber wie gesagt, in der ersten Folge würde ich jetzt ungern und die erste Leiste reinballern. Mach ich dann einfach im zweiten Video oder so. Ja, okay, gut. Also es ist weitläufig ohne Ende. Da bin ich jetzt im Kreis gelaufen. Ich glaube, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Da muss ich beide Hände nehmen. Dann kam ich also von hier, oder? Ich kam jetzt von hier. Da müsste irgendwo die komische Flore stehen, oder? Ist das jetzt wieder einfach ein neuer... Ey, das ist echt... Keine Ahnung. Ich laufe mal kurz hier runter. Da geht es auch weiter. Da geht es Gott sei Dank nicht weiter. Und hier eigentlich auch nicht, sondern wir können jetzt nur nach links gehen. Und hier ist zu. Okay, also noch finde ich die Tatsache, dass zu ist, irgendwie ganz gut. Weil das beschränkt so ein bisschen die Möglichkeiten und sorgt dafür, dass wir dann irgendwann doch mal so einen Weg haben, den wir dann gehen müssen. Weil halt nicht alles zu erkunden geht. Aber ich glaube, so wirklich Dialoge und viel Unterhaltung wird es in dem Game nicht geben. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt einfach irgendeinen namenlosen Protagonisten spielen. Der versucht irgendwie aus diesem Albtraum hier rauszukommen. Ich meine, der wird bestimmt besser wissen, was in der Welt losgeht als wir. Aber wem das jetzt großartig helfen wird, ich gehe wieder nach unten. Ich muss erst mal gucken, dass ich das Erdgeschoss irgendwie mir anschaue. Und dann kann ich immer noch in den ersten Stock. Sonst wird mir das einfach echt zu unübersichtlich. Ja, ich gehe wieder nach unten. Ja, ich bin auch so in den Spielen nicht gewohnt, wo so einfach gar keine Karte einbauen und man so ein bisschen ziellos durch die Gegend läuft. Die nehmen einen in dem Spiel aber auch nicht an die Hand so wirklich. Also ich meine, das ist eh gut. Ich meine, die meisten Games da draußen haben halt irgendwelche Pfeile und Beschreibungen, wo man hinlaufen muss und nehmen einen so richtig an die Hand und führen einen schon zum Ziel. Das macht das Spiel jetzt eigentlich nicht so wirklich. Okay, wir müssen irgendwas da... Was ist das? Das sah aus wie so ein komischer Nebel gerade. Also vor uns rumgetanzt ist. Ja, also wow. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal kurz hier hoch. Und selbst hier oben... Ah, hier ist irgendwas. Was ist los? Okay, also das, was ich gerade sehe, sind irgendwie Gleise, die wir hier verstellen können. Das heißt, wir müssen irgendwas zu dieser komischen Säge bekommen, aber vorher müssen wir es erstmal finden und wir müssen uns auf diesen ganzen Gleissystem dann zum Ziel fahren. Okay, hatte ich das schon? Ja, okay. Das, was ich brauche, ist halt noch nicht da. Ja. Ein bisschen lost gerade. Kann sein, dass ich auch gerade wieder zurück renne. Ja, hier war ich schon. Hier war ich auch schon. Hier war ich auch schon. Okay, das heißt, hier bin ich jetzt wieder in einem Areal, was ich schon kenne. Das heißt, jetzt wird es langsam, in Anführungszeichen, übersichtlicher. Jetzt ist ja sehr leid. Ja. Ich werde es langsam, in Anführungszeichen, übersichtlicher. Ja, ich werde es langsam, übersichtlicher. Ja. 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 Vielen Dank.